Hallo und herzlich Willkommen zu LPT Let's play together FIFA 16 auf meine Seite und Kopenhauer, der schon so komisch guckt, Astronaut und Psychonaut der Psychonaut Moin 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 Morgen Wir spielen heute gegen die scheiß Bayern, Entschuldigung Wir müssen Robert Lewandowski stoppen natürlich, da steht er schon und guckt uns an Formation 4-4-2 wieder, wir kehren wieder zurück zu dem Klassiker Darida darf wieder spielen, war gelb gesperrt Das dauert zu lange bis er fertig ist BYE BYE Herzlich Willkommen in das Bundesliga Party Die Hertha BSC erfängt die FC Bayern München, heute erfängt die Erstplatzierten die 2-Platz-Seite. Die Best gegen den Weltverein Mannschaften in der Welt. Das Spielweltkomitee von Wolfsburg von Buschmann. Macht euch bereit für das beste Bundesliga-Partie dieses Jahr. So sind die Top-Mannschaften der Elf auch von den Erstplatzierten. Keine Rollheben, Schieber, Schieber nach vorne. Aber ein bisschen mutig. Und was sagen wir immer? Zieh, 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 zieh die Bayern die Lederhose aus, die Lederhose aus, die Lederhose aus. Interessante Aufstellung. Rump und Rieber Riesen dabei. Warte, du bist geil. Ich würde sagen, die Bayern haben sich jetzt schon verzockt. Das Team mit den meisten Toren gegen das Team. Dann würde ich mal sagen. Anstoß! A-O-W. F-O-B-S-D. Die spielen schön offensiv, so wie es sein muss. Gut gemacht von Schien. Ich liebe eine 5-Bar-Kette. Zumindest noch nicht. Gute Macht. Gute Macht. Carlo dauert. Ach, leider kriegt Carlo den Ball nicht. Mann. Langkamp hat den Ball. Er sieht da drüben. Fält er weg. Gut gesehen. Gut mit Pass. Gut gemacht von Fältereg. Geht da außen. A-Laut-Wie. A-Laut-Wie. Hat da ein bisschen Probleme gegen zwei Männer. A-Laut-Wie. Ah-Laut-Wie. A-Laut-Wie. 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 Ich muss mal kurz hier die Einstellung nehmen, weil Overs ist wieder irgendwas falsch. Funzt wieder irgendwas nicht. Ich nehme mal diese Einstellung. Der Schiedsrichter ist schuld. Nee, der hat gerade mich geflammt. Das hat mich gerade irritiert. Deshalb diese komischen Anläufe. Schade, aber da taucht irgendwo aus dem Nirgendwo in der Mitte Neuer auf. Neuer? Der passt auch immer mal ganz gerne. Neuer? Warum heißt er Neuer? So nah ist er nicht. Klappt, meinte er. Bei ihm will man nicht. Ne, warte, können sie irgendwie besser mit dem Verstoppen und so. Alter, das war alles so viel Pass. Spielhöchste. Hinterher hier. Oh ja, schön reingegeltscht. Kein Heike. Alter, geil. Das war voll voll. Sehr gut. So meine Damen. Der Schiri ist ja mal auf unserer Seite. Wo ist eigentlich Mario Götze? In der Hose. Wo die Hose sind. Götze? Nein. Oh, fuck der den abgefangen. Martinez, den mag ich auch sehr gut. Der darf das auch. Der ist sympathisch. Aufzuschlagen. Ne. Das war... Ja, sehr schön. Sehr gut. Ich wollte gerade was sagen. Will kommt jetzt Devote. Ne, das lässt er nicht durchgehen. Es gibt Gelb. Ich weiß nicht. Das muss der Spieler natürlich aufpassen. Musste gerade sein. Den hält er super. Wow. Das war ein lustiger von Freibestand gewesen. Wow, geil. Ich hab die Münchner. Ja. Ich hab den Münchner. Den einzigen Münchner weggetacket. Geil. Sehr geil. Schauen Sie mal ein. Sein 21. Saisontor. Zieht voll ab. Neuer steht eigentlich goldrichtig. Aber kann den Ball trotzdem nicht halten. Haben Sie gerade die Zähne, wovon wir jetzt immer als Paul Nuttin die Gegenspieler gemacht hat? Die La... Mir dreht der Schuss aber noch besser. La... Nett. Da kommt er ja wirklich sehr zufrieden. Äh... Solomon. Der 90. Spielminute-Tor für Hertha. Die 19. Spielminute-Tor. Ja, da ist... Solomon. Mal ja auch mal ne Ansage zu machen. Einen ganz... Das Spiel... Warum ging das nicht am Wochenende so? Da hat er da rein mit ner Fugakette gespielt. Aber Carlo hatte schon eine gute Möglichkeit gemacht, um das 2 zu 1 machen zu können. Aber das war... Oh... Da ist er. Ich habe schon gesehen. Schieß! Boah! Wie verzieht der denn? Alter Schwede! Das müssen wir uns mal kurz eintrücken. Ach... Na schade! Verzieht der voll. Voll drüber gekloppt. Schade. Schade. Schön ist raus. Oh man! Da laufe ich einmal da nicht nach vorne. Sonst macht er es immer. Und schon... Fast Neuer lehnt er kurz raus. Du warst jetzt... Oh, das geht schon rein. Sehr gut. Bruchs! Wahnsinn! Was macht Bruchs?! Wow! Wow! Wir waren doch gut. So... Oh ho... Was war's gerade? So großartig. Sehr schöner Schuss! War der schon abgefälscht? Ist das schon so aus? Nein, war Alf. Der Ball jetzt in Bayern. Ich habe etwas gedacht. Ömer. Nee, ich habe das falsch. Oh, Leon. Oh, Leon. Geil. Gut. Was ist weg, Mann? Das war schier. Dann läuft oben. Also das muss das 2-0 sein. Das muss das 2-0 sein. Dammit. Mann. Ich bin doch extra mit Kalina von hinten raus mitgelaufen. Mann. Ich bin wie sie. Einfach egoistisch sein. Boah. Ey, was haben sie denn hier für Möglichkeiten, Thomas Müller? Mula. Müller, 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 Müller. Hallo? Hallo? Alagui. Darida. Schöne Flanke. Boah. Erf war keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Können Sie noch ein Tor nachlegen? Erstmal raus damit Sie mit der Frau dran. Naja. Wieder der Stabschwanz. Was machen sie? Das wollte sie nur machen. Was war ein Tor? Sehr gut. Ein 52. Spiel. Der Tor für die Hertha. Bisschen. Getschen. Getroffert mit dem Spiel Nummer 6. Vorlagen wir. Darida. Ich erraubte auf den Moment, dass sie gerade gesagt hat, was machen Sie denn da? Irgendwas fehlt noch das vor. Boah, und Bayern ist schön geschlossen, aber es hat nichts genügt. Bayern. Null. Karte! Zwei! Zu eins! Wo ist Rinngrätschen hier? Stark ist verwarmt. Stark ist verwarmt, mein Herr. Kacke! Schon kassieren wir das Anschluss-Tor. Ja, wegen sie. Schon wieder wegen sie. Genau, im Moment. Sie sagten, ich soll mit Stark reingehen. Aber wir haben vergessen, dass er vermarkt ist. Soll er von Platz fliegen? Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Zwei eins, hier ist noch alles drin. Mann, ich hab doch gepasst. Oh Mann, wieder. Ganz zu spät. Sie waren eigentlich schön mitgelaufen. Keine Sorge, ich bin unsichtbar. Sie haben ja gar nicht damit gerechnet. Ohohoah. Chieber ... schiebt weg! Chieber weg geschont. Und Robben. Oh, Mann. Nein, gar nicht. 2-1. Kaka. Böse. Gegen FC. B-10. F-10, B-10. Das war auch eine schöne Aktion. Robben am Boden. Der fliegende Holländer. Gegen Archeroliker. Dann gehen wir gleich in die zweite Hälfte los. So sieht es aus. Und ich mach dir wieder die Evo-Solo an. Bei ihm? Bei ihm hat das kein Erfolg. Rezept. Aber bei mir schon. Nur sie können das. Ich schreit's auch. Das schreit's gut. Ja, das ist schon vorn gewesen. Oh Gott. Oh Gott. Lewandowski macht das 2-2. Weil. Nach. Heftigem. Abgrundtiefen. Tiefschwarzen. Pessimistischen Kratzer. Vor allem. Skylad. 5-5-2. Ich hatte den Moment schon gedrückt. Ich hatte den Moment schon gedrückt. Aber er hat nicht mal was gemacht. Ich hatte den Moment schon gedrückt. Ich hatte den Moment schon gedrückt. Ich hatte den Moment schon gedrückt. Tja, ich mein, das kennt man ja. Man macht das ja gerne mit dem Tor. Man macht das ja auch sehr wenig. Hier. Ich bin frei. Oh, Alter. Geil. Er war halt dran, ja? Das müssen wir mal sehen. Tatsache. Ja. Aber das wird der geile Tor gewesen, oder? Oh Mann. Den hat man ja versichert, oder? Was ist das? Sehr gut. Unser Torhüter kommt rausgehasselt. Mann, ich werde immer herumgedreht. Wie eine Drehkugel. Hübner. Hübner. Und das könnte sich natürlich gemeinsam mit uns anschauen. Nein. So scheiß Bayern. Ich kotze mich an. Nein. Kann man nur Bayern-Fan sein? Äh. Ist das was für nichts. Schauen Sie sich das an, wie ich hier. Aber bei mir auch nicht beschweren. Geil. Nein. Schaden. Was? Ach verdammt. Aber der Schuss war schön. Zeigen Sie mir mal. Ja. Zerren Sie sich den rein. Rums. Ach, da war schon Abseits. Und das ist ein Scheiß. Ach so. Ne, verstehe. Sorry. So. Oder hätte das Torhüter gezählt, wenn der Ball reingegangen wäre. Nein. Das war nur darauf bezogen, dass da wieder den danach dann mit dem Kopf noch angenommen wird. Ja. Fremde gezählt. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Das ist was überwiegend. Und seriös. Und überragend. Der war noch drin. Fett. Ja. So, jetzt haben wir hier eigentlich eine Art Überzahl. Also muss das auch sehen. Ich scheiße mal. Ich auch. Da stehen wir uns im Norden. Nein. Das haben wir mal gemeinsam. Ich scheiße auch Eisernen. Nein. Doch nicht meine Unioner. Da spielen doch nur zweite Liga in Hamburgs. 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 Scheiße. Ah, was ist das? Fett. 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 Was ist denn jetzt? Fett. 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 Gällechen. Principal Outer Safascad.- Cario. Fett. 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 Was ist das? Fett. 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 Auf jeden Fall. Sehr gut. Mann, da ist doch kein... Ey, komm! Ufa! Baby! Werde, ihr habt vergessen, Icon zu geben. Wollen wir hier nicht Ebeler noch für Wüstenberger reinbringen? Klar wird. Mehr Wechsel haben wir da schon fast nicht mehr, oder? Gut, okay. Äh... Das muss sein. Thomas Müller jetzt. Thiago jetzt. Sie haben den Ball. Das war doch schön nach oben. Was machen Sie? Oh, der geht ja nicht rein. Der ist reingegangen. Aber... Mann, das war... Sie kam von den Upside. Schauen Sie hin. Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte rein. Du musst den Weg gehen. Ja, den wollen wir reingegangen. So, dann... Sie haben ein... Sie haben das Tor versaut. Also... Was? Der hat doch so nichts gelohnt. Ah, die Geil. Die Bayern-Vorteile. So, als kämen sie spielerisch heute nicht durch. Da jetzt der Versuch, mehr lange Bälle zu spielen. Sieht ein wenig nach Brechstange aus. Und jetzt wollen sie das Tor hier erzwingen. Werfen alles nach vorne. Mal sehen, ob sie Glück haben und irgendwie noch keiner passt. Nein! EISER! Das kotzt mich an! EISER! UNION! EISER! UNION! Scheiße, alles gemacht. EISER! UNION! Das wird gefährlich! Gute Szene. Jetzt kann es gefährlich werden. Ich mach schnell jetzt. Ja! 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 Und... Davor weg war Thomas Kraft. Hier vorne hier habe ich... Spieler mit Nummer 1. Thomas Kraft! Ok, drauf mal. Ich bin in Nummer 6. Wir fahren in die... Scheiße! Flatter ihr... ZARIDA! Scheiße! Sehr nice! Das 3 zu 2. Ich hab gar nicht mehr dran geglaubt. Ich danke dir, die Vergangenheit. Ich muss mich... Ich muss mich gerade schon wieder wegschmeißen mit Kraft. Das war... Sehr entschlossen. Bin ich da durchs Mittelfeld gesprintet. Sein Patzer... Hat das war jetzt... Das Ausbreche gemacht. Und jetzt... Der in Führung gebracht. Ja, stimmt. Der hat seinen Fehler wieder gut gemacht. Aber... Man, wie kann der denn da seinen Fuß wieder dazwischen haben? Ich bin da extra nach unten gegangen. Ich bin da extra nach unten gegangen. Aber... Ich bin da extra nach unten gegangen. Ich halte sie mich. Ich hab nix da rüber rein. Das wird nichts. Schnell mal schön weggegrätscht. Gut so. Sein Spielwitz... Seine enorme Stärke im 1 gegen... Robert Lewandowski! Pfff... Das war irgendwie gegründet. Ja... Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Das war irgendwie so. Der muss sich dann machen. Schön. Was mache ich denn da? Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Kingsley Com... Coman? Irgendwann ist ein ganz komischer Spieler. Ja, das Ding wäre wichtig gewesen. Ach... Ist das mit seinem Mantel zu müssen? Na egal. Boah! Das wird gekannt werden. Los auf den Blick zum... 4-2. Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Sehr schön! Ja! 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 Das war's nicht genau! Ja! Die zweite Spielminute... Nachspielminute. Tor für Hütter! BSC! Und das war... Von Coast to Coast! Und der Torwart mit dem Spielraum 21. Marvin! Glattnacht! Was für ein Tor! Unfassbar! Mit rechts! Ist er nicht eigentlich eins für mich? Was? Hast du das gesehen? Oh ja! Er hat das noch... Abgepashed! Er hat noch ins Face bekommen. War eigentlich Troraktier da, ne? Martin Glattnacht! 4-2! Jetzt bin ich zufrieden! Jetzt geht's glücklich! Jetzt kann ich wieder heute drübschlafen! Wirklich? Jo! Weil wir 4-2 in Bayern am Schluss noch gewonnen haben. Schöner Solo-Lauf. From Coast... To Coast! Von der Küste zur anderen Küste, Was? Ja! Also das war... Kraft! Er hat das Ausgleich gemacht... Verpasst! Und gleich in Führung... 3-2 vorgelegt! Das war Thomas Kraft! Und naja, es bedient! Ja! Genau! Und jetzt spielt er die Rolle mit der... Beste Torhüter in Deutschland! Und dann spielt er das Ausgleich zum Kraften überreichen! Und Bayern bereut Kraft jemals verkauft zu haben! An Hertha! So! Hier kommen noch die letzten Highlights von... dieser schönen, interessanten Partie! Ja! Das war wieder ein super Spiel! Super, super Bayern! Super, super! eh! Da kam das... 2 zu 1 von der Rieder! da kam das 2 zu 1 und hier das 2 zu 2 Lewandowski hat auch wieder sein Tor gemacht aber es hat nichts genützt denn der war auch so schön ganz sicher sieht auch nicht aus ich glaube das ist Reiz zu 12 schön dort geflossen und hier das war auch eine mega große Chance und ich dachte erst dass es Kingslave Coman war haben sie das gesehen das war das schlimmste Tor in seiner Karriere diese Hipster Friese von Plattenhardt voll der Hipster also nach ein schönes tolles Spiel verabschiedet euch euer Asconaut Psychonaut und euer SkyNet55Q Psychonaut Psychonaut Tschüss Tschau mit F-